Die Dexters sind wir los. Glaubst du wirklich, Tom? Naja, hmm. So, die Ewalds haben also meine Energiesteine gestohlen. Wir sind mit mir in Protektor. Ich habe noch einen Auftrag für uns. Hehe. Jack Genius, du hast recht. Wir sollten auf alles vorbereitet sein. Aber erstmal kümmern wir uns um die Pflanzen. Tom, du hast recht, aber ich habe noch eine Idee. Wir entführen einen Dexter und einer von uns verkleidet sich wie er. Ja, dann könnt ihr euch um die Pflanzen kümmern und der verkleidete E-Ranger horcht die Dexters aus. Dann wissen wir auch, was sie vorhaben. Katsuki, das ist genial. Los, holen wir uns einen Dexter. Am besten nehmen wir Fogman. Der ist einfach. Den haben wir schon mal entführt. Eindeutig. Katsuki, komm mit. Natürlich musst du dein Fehlen erklären. Erzähle den Dexters. Ich sah, wie Tom Typhon davonrannte und mit seinem Turbojet davonflog. Aus seinem Kofferraum guckte ein Energiestein. Ich rannte ihm hinterher, bis ich den Energiestein hatte. Dann verlief ich mich. Jetzt bin ich hier. Hier ist der Stein. Gut, wir brauchen jeden Energiestein. Und während deiner Abwesenheit habe ich einen Plan entwickelt. Mystery Man und Protektor fliegen zu E-Wender-Basis. Schalten die Roboter aus, sammeln die Energiestein ein und fliegen zurück. Ihr schlaft vor. Los! Ich muss euch alles erzählen. E-Wender, ihr müsst alle vorschlafen. Ich habe einen Plan. Die sind da. Was ist denn hier los? Na egal. Hilfe! Pssst! Oder? Hilfe! Mission erfolgreich! Hilfe! Du Idiot! Ende Viktoria Viktoria und Vivian